Jetzt sehen wir Malzi. Ja, das haben wir so um die 50 Meter runtergelassen, noch nicht mal ganz am Gurt angekommen. Dann knallt das in der Rude und dann hängt das richtig schwer drin, hat erstmal auch die Schnur genommen, dann konnte ich die Rude kaum halten und jetzt kommt er langsam hoch. Das ist eine Maschine. Ich denke mal so 1,10 Meter du hast gelangt, schauen wir mal, hier war er über einen Meter von der Maschine. Die Schnur geht weg. Da kommt er. Da kommt er. Ach du grüne Neune. Mausi, das ist so ein Viech wie ich hab. Ach du Scheiße, noch größer. Boah, nimm mal die Kamera. Ach du grüne Neune. Mausi, das ist dein Fisch. Das ist dein Fisch. Was ist das denn? Der geht Richtung Meter 20. Der geht Richtung Meter 20. Boah, ist der dick. Einmal für dich. Eine Maschine, da hast du eine richtig dicke Kirsche gefangen. Super ey. Super Fischmusel. Das könnte dein PB sein. Ja, ich glaube auch. Boah, ist der lang ey. Wollen wir einmal kurz mal, lass mal kurz mal an. Ja. Du grüne Neune. Ah, aber 1,23. Ich glaube nicht. Doch jetzt ist er dicker als deiner. Ja. Das ist er. Das ist er. Oh, der geht Richtung 1,20. 1,16. Wie dein erster, ne? Aber geiler Fisch, wa? Ja. Cool. Sauber Mausi. Super du. Hast du super gemacht. Du. Ja. Du. Ja. Ja.